Geöffnet. Geöffnet ist das Gegenteil von geschlossen. Zum Beispiel kann ein Yoga-Zentrum geöffnet haben oder auch geschlossen sein. Und verschiedene Geschäfte oder Institutionen können geöffnet sein oder geschlossen sein. Man kann auch seinen Geist öffnen. Du könntest auch sagen, du könntest dich auch selbst fragen, ist mein Geist geöffnet für die Anliegen anderer? Ist mein Geist geöffnet für Gott? Ist mein Geist geöffnet für die Erfahrung der höheren Wirklichkeit?